Claudia Roth ist wieder einmal in Friedensmission unterwegs. Die Grünen-Chefin steht Theo Zwanziger bei dessen Buchvorstellung zur Seite. Ein Freundschaftsdienst. Dabei hatte sie selbst nach der verlorenen Urabstimmung um die Spitzenkandidatur für den Bundestagswahlkampf turbulente Tage hinter sich. Genau wie Theo Zwanziger. Günther Netzer hat mir ein Fax geschickt, dass er durch die Diskussion, die in den letzten Tagen aufgrund der Vorabveröffentlichungen eines kleinen, ganz kleinen Teil meines Buches doch etwas irritiert ist und seine ursprüngliche Zusage zu kommen nicht umsetzen möchte. Dieser kleine Teil des Buches hatte für reichlich Wirbel gesorgt. Das Buch gilt schon vorab als Abrechnung. Es ist halt so, wenn ein öffentlicher Eindruck erweckt wird, als sei dieses Buch in der Tat nicht das, was ich selbst damit verbinde, nämlich eine Liebeserklärung an den Fußball, sondern sei ein Abrechnungsbuch und ein Buch, in dem Indiskretionen nach draußen getragen werden. Was ist da alles für ein Quatsch geschrieben worden? Theo Zwanziger rudert zurück. Claudia Roth assistiert und auch der Kaiser Franz Beckenbauer versucht, die Wogen zu glätten. Man weiß ja, wie es gemacht wird, dass man dann Sequenzen oder auch Satzstücke rausnimmt und da eine Schlagzeile drüber macht. Das ist nun mal so. Aber das muss man wissen. Wenn man ein Buch schreibt, dann muss man halt wissen, was das Ergebnis sein wird. Und es ist halt dann so, wenn man jemanden angreift, dann muss man halt auch damit rechnen, dass sich derjenige wehrt. Er hat sich gewehrt, so wie man es von ihm kennt, Uli Hoeneß. Zwanziger nannte ihn eine kleinkarierte Seele. Nun spricht Zwanziger von viel Lob in seinem Buch. Aber, ja ohne ein Aber geht es dann nicht. Auch Uli Hoeneß, der sich angegriffen fühlt, ist erstens ja ein Mensch, der sehr zurückhaltend mit anderen Menschen umgeht. Man hört selten etwas von ihm über einen anderen. Er lobt nur, das gibt es gar nicht anders. Die nächste Watschen. Auch sein Nachfolger Wolfgang Niersbach wird kritisiert. Mit ihm muss Zwanziger als Offizieller der UEFA und FIFA-Exekutive weiter kommunizieren. Problematisch? Die A20er wird es dem Wolfgang in seiner Art beibringen, wie er das gemeint hat. Man schaut ja manchmal in Schrift etwas härter aus, als es dann wirklich auch gemeint ist. FIFA-Chef Josef Blatter kommt im Buch übrigens positiv weg.